Hallo und herzlich willkommen liebe Leute zurück zu Minecraft. Wir sind mal wieder auf unserem Server und heute gibt es eine Runde Hardcore. Genau. Aber was nein? Und wir spielen jetzt ohne Marco. Wir haben die Regeln geändert. Wir sagen, wenn man gestorben ist, ist automatisch Ende. Also Marco war ja schon einmal gestorben, wie ihr bemerkt habt. Und ja, deswegen ist er jetzt weg. Und darf nicht mal mitmachen. Wir haben einen guten Kameraden im Kampf verloren. Tja, leider. Äh, hier haben wir noch einige Sachen. Ich weiß gar nicht, wir haben Äpfel draußen gefahren, glaube ich, das letzte Mal. Wee. Weil die Nacht vorbei war. Weil wir kein Futter haben. Äh, lol. Ja, und wir haben uns jetzt überlegt, wenn wir das mit dem Autarky nochmal weitermachen, wir werden uns nicht mehr so beleidigen wie vorher. Ja, wir haben da schon ein bisschen, äh... Wir wollen unser Niveau doch wieder ein bisschen anheben. Genau. Wir wollen ja nicht böse sein oder so. Nee. Holzfarben. Das ist so das mit das Langweiligste. Unterm Baum stehen, nach oben schauen und ne Axt schwingen. Wir brauchen auch demnächst mal Gold, ne? Wieso? Ah ja, dass wir unser Leben wieder auffrischen können. Ich weiß ja nicht, ob du die Regeln von Ultraartko noch zeilst. Ja, doch, mit diesen, äh, goldenen Äpfeln und diesen komischen Tränken da. Ja, weil man sonst kein Leben mehr kriegt. Tja. Ja, gefickt halt. Mhm. Lass mal Kakteen um unser Haus rumstellen. Ja, und wenn wir dann rausgehen? Ja, nee, wenn da so Viecher kommen. Ja, ich weiß halt nicht mehr, weil vorsichtig sein, wenn wir rausgehen, ne? Sonst haben wir echt nichts. Erstmal den Baum hier farmen. Ich muss erst mal ein Hühnchen essen. Erstmal Big Daddy farmen. Nee, ich brauch halt mal wieder, äh, Futter. Weil ich hab nicht mehr so viel. Ja, komm, dann lass halt mal jagen gehen, oder? Ja, warte, ich mach mal hier. Wir können halt auch Bäume farmen, gucken, ob wir Äpfel kriegen. Ey, da hab ich ne Kuh gehört. Hier müssen irgendwo Kühe sein. Ach so, ich muss, ich glaub, ich hab den Madmos-Mod ausgestellt. Was hast du getan? Ah, ich seh die Kuh. Nee, jetzt hab ich wieder an. Jetzt ist es auf jeden Fall an. Aber ich hab's grad gar nicht gemerkt, ob ich ihn ausgemacht hab oder nicht. Töte sie ihr Fleisch. Rind-Fleisch. Das Beste wäre, wenn jetzt noch ein extra... Oh, Alter. Wenn dann noch ein extra Reward kommt. Reward. Rewardet AKO. Hier ist noch einer. AKOF, musst du sagen. AKOF. AKOF. Wow, ich hab drei Fleisch gekriegt. Und zwei Leder. Verarsch mal, und ich hab nur ein Stück bekommen. Epic. Ich hab echt nur 24 Frames. In Minecraft. Jetzt sind's immerhin 35. Warte, ich muss mal aus dem Dschungel rausgehen. Ich glaub, dann werden's mehr, ne? Mhm. Ja. Komm mal her. Lass mal den Big Daddy Baum hier farmen. Welchen meinst du? Komm her. Wo bist denn du? Andere Richtung. Keine Ahnung, wenn's zu sehr leckt. Jetzt hab ich immerhin 50 draußen in der Wüste. Ja, Mann. Chillt halt schon, wenn wir den farmen. Und ich wollte mal gucken. Da hinten, glaub ich, war eine Höhle. Wo wir vorhin lang gelaufen sind. Oh, junger Fettmann. Ich hab einen Bug. Da hinten sieht man Minenschacht. Ja? Da an der anderen Küste, wenn man sich da runtergräbt, ist da ein Niedenschacht. Wo drinnen siehst du das? Ja, keine Ahnung. Bei mir ist dann ein Bug. Da fehlt ein Kasten wieder aus der Welt. Ja, egal. Erstmal Big Daddy wegfahren. Komm schon, gib mir Holz. Ja, fahr mich halt hier drüben. Irgendwann müssen wir uns auf den Turm draufbauen. Ja, mir wird uns. Junge, hast du nur Stein? Ja, klar. Ja, ich hab noch mein Holzding. Das Holzding von mir hab ich weggeworfen. Alter, es wird schon wieder dunkel, ne? Wir müssen unser Holzmatt, äh, unser Haus zu Ende bauen, sodass wir... Sodass wir... Ähm... ...dass wir jetzt da von Monstern gesichert sind, weil das letzte Mal kam, glaub ich, ne Spinne rein, hat den Marco attackiert. Ja, stimmt. Ja, ich geh schon mal vor und fang schon mal hin. Ja, ich erfahr mir noch das bisschen, was ich kann. Boah, alter, schneller, du Axt. Zahl ich dich für rumstehen. Dafür, dass du leben darfst. Das müssen die auch mal einführen, dass du mit diesen komischen Villagers Handel machen kannst. Ja, Mann, dass der so mit dir redet, du kannst so hingehen, so E drücken. Ja, genau. Das wär sau-chillig. Ich renne. Ich hab nur noch vier Keulen essen. Dann überstehst du die Nacht, ne, nicht. Ich glaub, ich hab ja noch mal ein paar tollen Hühnchenfleisch. Oha, du treibst nicht so hart, Koalisch. Ich mein sogar. Hier hast du Bretter. Oh, ich hab Holz. Oh, was kannst du denn? Gar nicht. Alter! Wenn jetzt noch eine Spinne reinkommt. Ui! Und unser Bunker. Und hier ist der Marco runtergefallen, hat Damage gekriegt, ey. Und den Boden auch aus Holz machen. Ja. Ich mach hier bei Marco die Ecke zu, da können wir ja lassen. Dann wird chillige Bude. Dann wird Schlommos nachgebaut, du. Noch nicht. Es ist noch in Arbeit. Schon. Aber ich hab grad nicht so die Motivation. Ich hab in der neuen Singleplayer-Welt angefangen. Das ist mal was ganz Besonderes, ey. Ich hab sauviel Polz, glaub ich. Ich mach nochmal ein bisschen Bretter. Wir brauchen auch nochmal Kohle. Oh, log. Oh, ich glaub, das ist Florens Internet abgekackt. Ähm. Ich mach so lange eine kleine Pause und, äh. Wir sehen uns gleich wieder. So, da sind wir wieder. Kleins Problem haben wir behoben. Und jetzt geht's weiter. Suchten. Nichts Neues, oder? Nachdem man so viele schöne Klausuren geschrieben hat, muss man sich irgendwas ändern. Ja, Mann. Heute hat Kunde. Hm, war schön. Kunst war besser, Mann. Oh, Alter. Alter, ich bin so behindert und dumm. Alter, nee, das ist jetzt nicht dein Ernst. Das fiel mir schon drei Leben. Und dann draußen gammelt der Creeper vor der Hütte. Was kamst du? Ich mach dir mal so einen Zaun hin, damit hier keiner runterfällt, weißt du? Ja, mach mal. Ich mach mal. Mach mal Fleischbraten. Hier drüben mach ich mal noch ein bisschen. Äh. Äh. Was wollte ich jetzt sagen? Kohle. Schon das Textschabett von Geile, Mann. Schon? Jetzt zieh ich mir erstmal was rein. Ecstasy for to in. Und wir haben schon einen Koks. Da müssen wir ja Fackeln mitmachen, weil da unten war irgendwo eine Höhle, wo auch Eisen und Kohle noch mehr war. Aber da war auch ein Skelett unten, glaub ich. Ja, wir müssen eine Kohle holen, ne? Ja. Der Zaun ist irgendwie grad ein bisschen komisch. Ja, keine Ahnung. Ja, egal. Der Zaun sieht, der Zucker sieht mehr aus wie Koks. Schon, das ist ja ein fett Schnee, Alter. Ich mach mal, ähm, Pfeile, weil die Pfeile brauchen wir später, wenn wir in den Nether gehen wollen und uns Tränke machen. Und im Nether, wenn da dann die, die ich weiß, ob die sich machen, von unserer Hütte fährt. Wenn da dann die Ghasts kommen und die Blazes. Blazes brauchen wir ja für ein Blaze Rod. Dann sind wir ja Ja, ich will jetzt nicht sagen im Arsch oder so, aber eigentlich